Aurelias Märchenbuch, Märchen 1 bis 6 Rotkäppchen, der Froschkönig, der gestiefelte Kater, der Wolf und die sieben Geißlein, Hänsel und Gretel und das tapfere Schneiderlein. Der Wolf und die sieben Geißlein Märchenfreunde, kommt herbei, hier ist noch ein Plätzchen frei, um zu hören und zu sehen, was vor langer Zeit geschehen, denn wir werden euch jetzt sagen, wie es einst sich zugetragen. Hört ihr Kinder groß und klein, die mehr der sieben Geißlein. Einst, vor ziemlich langer Zeit, lebten in der Einsamkeit sieben Geißlein an der Zahl, hinterm Berg, im sanften Tal, lebten mit der Mutter Geiß, welche stetig mit viel Fleiß ging das Futter zu besorgen, meistens schon am frühen Morgen. In der Zeit die Geißlein singen, tanzen, spielen, hüpfen, springen, ganz vergnügt und pudelmunter, Hügel rauf und wieder runter. Eines Tages wollte die Mutter wiederholen, reichlich Futter. Doch an jenem Sommermorgen machte sie sich reichlich Sorgen, denn des Nachts hat sie gesehen, einen Wolf im Walde gehen. Deshalb sprach sie zu den Kindern, hört gut zu, ihr müsst verhindern, dass der böse Wolf euch frisst, denn er kennt die Hinterlist. Öffnet ihm die Türe nicht, erst wenn eure Mutter spricht, seid so lange auf der Hut. Ich muss losgehen, macht es gut. Macht sich nun auf ihren Weg, läuft am Bach dort übern Steg, welcher führt vorbei am Wald, dort verschwindet sie alsbald. Noch war nicht viel Zeit verstrichen, als der Wolf kam angeschlichen, dorthin zu dem Waldesrand, wo die Geisenhütte stand. Klopft nun an die Eichentür. Danach spricht das Ungetier. Liebe Kinder, öffnet mir, Mutter, die ist wieder hier, hab an jedes Geist gedacht und euch etwas mitgebracht. Doch als dies die Geißlein hören, lassen sie sich nicht betören, sie erkennen hier sogleich, diese Stimme klingt nicht weich. Du bist unsere Mutter nicht, bist der Wolf, der Bösewicht, kannst nicht unsere Mutter sein, die hat ihre Stimme fein. Somit hat der Wolf erkannt, dass er hier vergebens stand. Um die Geißlein zu verzehren, muss er in die Stadt einkehren, wo es viele Läden gibt und er weise Kreide kriegt. Um die Stimme weich zu machen, wie ein sanftes Kinderlachen, geht der Wolf zum Krämer rein, deckt sich mit viel Kreide ein. Meister Graub hält's gar nicht faul, stopft sich gleich was in das Maul. Dann geht er zum Haus zurück und versucht erneut sein Glück. Öffnet, liebe Kinderlein, Mutter, die ist wieder heim, hat an jedes Geist gedacht und was Gutes mitgebracht. Aber an der schwarzen Hand haben sie ihn gleich erkannt, denn das größte Geißlein sah, dass die Pfote dunkel war. Diese sprach, du darfst nicht rein, kannst nicht unsere Mutter sein, sie hat schwarze Pfote nicht, bist der Wolf, der Bösewicht. Seine Pfote braucht er helle. Also ging er auf der Stelle zu dem Bäcker hin, zu klagen und ihn nach dem Teig zu fragen. Ich hab starke Schmerzen hier, streich dort Teig, ich danke dir. Dann läuft er zum Müller schnell, mach die Pfote hier ganz hell, streu mir weißes Mehl hierher, denn die Pfote schmerzt mir sehr. Als der Müller Mehl drauf streute, hofft er schon auf fette Beute. Zwar der bietere Müller dachte, dass er einen Fehler machte, aber als der Wolf ihm drohte, streut der Müller flink die Pfote. Nun ging schon zum dritten Mal dieser Wolf zurück ins Tal. Um zu holen seinen Schmaus, klopft er wieder an das Haus. Diesmal hatten mitbedacht alle Geißlein mitgedacht. Drum tat's aus der Hütte rufen, zeig uns doch mal deine Hufen. Dieser Wolf macht das geschwind, denn er will ein Geißenkind. Dann erklang die Stimme weich, antwortet der Wolf sogleich, öffnet, liebe Kinderlein, Mutter, die ist wieder heim, hab an jedes Geiß gedacht und was Schönes mitgebracht. Als sie sahen, die Taz war weiß, glaubten sie, es sei die Geiß. Geißlein tun die Tür entsichern, alle sind am frohen Kichern, freuen sich auf die Mama. Doch oh weh, was jetzt geschah. Als man nahm den Riegel weg, kam der furchtbar große Schreck. Rums, da geht die Türe auf, Chaos nimmt nun seinen Lauf, und der Wolf tritt auf der Stelle über ihre Hauses Schwelle. Als der Wolf ins Haus gerannt, ist das Zittern voll entbrannt. Alle springen nun vor Schreck, jedes schnell in ein Versteck. Nummer eins springt untern Tische, dass der Wolf es nicht erwische. Zweites dachte, dass die Decke wäre das Beste der Verstecke. Drittes tat sich ziemlich strecken hinterm Ofen sich verstecken. Viertes in die Küche floh, bei dem Futter tief ins Stroh. Fünftes macht die Schranktür zu, denkt, dort hat es seine Ruhe. Sechstes Geist versteckte sich in der Stube auf dem Tisch, wo die große Schüssel stand, unter der es Schutze fand. Doch der Wolf war ja nicht dumm, schaute überall herum, findet sechs der Geißen Kinder, öffnet's Maul und schluckt sie hinter. Auch wenn diese noch so zucken, tut er gänzlich sie verschlucken. Doch das Geißlein Nummer sieben, wo war dies wohl abgeblieben? Dieses jüngste Geißlein springt in den Wandohrkasten flink. Im Versteck, wo es gesessen, konnte der Wolf es nicht mehr fressen, denn im Regulatorkasten konnte er es nicht ertasten. Hat auch seinen Bauch schon voll, wo die Geißlein strampeln toll, das erfüllt die Müdigkeit, also sucht er nun das Weite. Auf der Wiese unter Linden will er seine Ruhe finden. Aus dem Walde mit viel Futter kommt nun heim die Ziegenmutter. Mit dem Kurbe trägt sie schwer. Denn der ist nun nicht mehr leer, weil das Futter in ihm steckt, was den Geißlein lecker schmeckt. Doch als sie das Haus erblickt, schon von Weitem sie erschrickt, was ist bloß geschehen hier, denn des Geißenhäusleins Tür steht sperrangelweit schon offen. Das lässt sie nichts Gutes hoffen. Mama Geiß rief ihre lieben Geißen, Kinder alle sieben, doch im Hause blieb es stumm. Überall schaut sie sich um, bis sie zu der Wanduhr kam, wo ein Meckern sie vernahm. Meck, Meck ruft das Stimmchen fein von dem jüngsten Geißelein. Schließlich hüpft es aus der Ohr und versehrt als wie zuvor. Rief die Mutter, Ach, ihr Lieben, was habt ihr denn bloß getrieben? Sag mir doch, mein Geißenkind, wo die anderen Geißlein sind. Aber ma, es war der böse Wolf, der kam mit viel Getöse, hat die Brüderlein gefressen, als ich dort drin gesessen. Mich hat er versucht zu fangen, doch dann ist er fortgegangen. Darauf nun die Mutter spricht, nun mal ruhig weine nicht, lass uns doch nach draußen gehen, vielleicht den bösen Wolf wir sehen. Überall den Wolf sie suchen, bei den Eichen, Linden buchen, schließlich können sie ihn finden, auf der Wiese bei den Linden. Dort sehen sie den Wolf liegen, schnarscht, dass sich die Äste biegen, hält dort seine Mittagsstund, und sein Bauch ist kugelrund. Doch von nahem sieht man's zappeln, denn die Geißenkinder rappeln dort im Leibe, leben noch, ruft die Mutter, hol mir doch Nadelzwirn und schere schnell, will ihn schneiden auf der Stell. Jüngstes Geißlein mit Gesause flitzt geschwind ins Ziegenhause, kommt zurück im Sause-Schritt, bringt das Nähzeug alles mit. Dann die Geißin eins, zwei, drei, schneidet ihm den Bauch in zwei, schon hüpft aus dem Wanst geschwind, ein erschöpftes Ziegenkind. Noch ein zweites zeigt sich hier, noch mal zwei, schon sind es vier, auch das fünfte springt heraus, sieht noch ziemlich munter aus, auch dem sechsten kann's gelingen, sich in Sicherheit zu bringen. Ach, was war das für ein Glück! Endlich hat die Geiß zurück ihre Geißlein, alle sieben, glücklich herzt sie ihre Lieben. Ach, wie gut ist es zu sehen, dass nichts Schlimmes euch geschehen. Aber dieses Ungetier, für die ungeheure Gier werden wir es jetzt bestrafen, während es noch ist am Schlafen. Holt schnell jeder einen Stein, legt ihn in den Wanst hinein. Und schon rennen los die Kleinen, kommen mit den Wackersteinen, stecken diese in den Bauch, als der Wolf noch schnarcht und faucht. Und die Geißin mit Geschick nimmt die Nadel und den Strick, näht dem bösen Wolf im Nu, Stich um Stich, den Bauche zu. Als der Wolf dann aufgewacht, hatte er bei sich gedacht, Ach, bei meinem grauen Bart, was drückt mich im Bauch so hart? Soll denn das die Geißlein sein? Fühlen sich an wie Wackerstein. Plötzlich fühlt er großen Durst, also geht er aus dem Forst hin zu einem Brunnen dann, wo man etwas trinken kann. Übern Rand tut er sich beugen, um das Wasser zu beäugen. Doch durch das Gewicht der Steine werden leicht ihm seine Beine, und die Steine mit Gerumpel ziehen herab den üblen Kumpel. Plumps, da fällt er in den Schacht. Tschüss, das war's dann. Gute Nacht. In die tiefe Tat er sinken, musste jämmerlich ertrinken. Alle Zicklein, die dort standen, Mitleid mit ihm nicht empfanden, sagten, liebe Mutter, nun kann er uns kein Leid mehr tun, können wieder spielen, morgen ohne Angst und ohne Sorgen. Freudig hüpfen sie herbei, denn die Furcht ist nun vorbei. Nun ist dieses Märchen aus, dort läuft eine graue Maus. Wer sie fängt, ihr Märchenkinder, macht ne Mütz sich draus für'n Winter. Hört ihr Kinder groß und klein, die Geschichten hübsch und fein, frisch gereimt und neu skizziert, haben wir hier präsentiert neu verfasste Märchengüter der berühmten Grimm'schen Brüder. Doch auch andere Autoren haben wir hier auserkoren. Mögen sie sich weit verbreiten, bis in alle Ewigkeiten.